Herzlich willkommen bei Cine macht Auge zusammen mit Alicia Jo und ich wollte mit dir gemeinsam einen Artikel lesen, der bei der Tages... Lesen? Ja, lesen! Wir sind doch hier auf YouTube, was? Ja, wir lesen den Leuten vor, das ist gar kein Problem. Lesen! Ja, ich hab dich unter falschem Vorwand hierher gelockt. Ich hab gesagt, hier ganz easy Reaction Video, du musst nur ab und zu Knöpfchen drücken. Erstmal verarscht. Nee, ich fand's ganz interessant, weil Tagesschau ist jetzt wohl auch prominent so bei Twitch, diesem Streaming-Portal. Die Tagesschau, ja. Tagesschau, weil ARD Mixed Talk gab's ja schon, ne? Meinst du, es ist auf dem gleichen Kanal oder ist es auf dem anderen Kanal? Das weiß ich gar nicht. Kann man das parallel hier recherchieren? Twitch, Tagesschau. Also der ARD Mixed Talk und die ARD auf Twitch sind ja recht erfolgreich sogar für Öffentlich-Rechtliche auf dem Streaming-Portal, würde ich behaupten. Ich mein, vielleicht finden wir das auch raus, wenn wir den Artikel lesen würden. Ja, okay, das wäre eine Idee. Aber du hast ja keinen Bock auf Lesen. Ich lese nur Überschriften. Wir lesen nur Überschriften und gucken, ob wir aggressiv werden. Nachrichten auf Augenhöhe. Was soll das denn heißen? Mit der Community, okay. Okay, also du siehst, die Meldung ist relativ neu, 17.10., paar Tage alt. Ich habe das mitbekommen, wie gesagt, ich habe wirklich Tagesschau im, kennst du das noch, Linear-TV? Ja, kenne ich noch. Das, was diese älteren Menschen machen. Habe ich so Tagesschau geguckt und da war, ich habe vergessen, wer das war, einer von den, wie heißen die denn? Sprechern einfach, ne? Ja. Ja, und der hatte dann gerade irgendwie eine Meldung über Palästina und so und denkst schon so, oh Gott, schlimme Bilder. Und dann war die Überleitung ein bisschen weird. Die war dann so, und wir sind im Übrigen jetzt auch für sie live auf der Streaming-Plattform Twitch. Das war auch schon so langsam gesprochen, dass man so, ne, alle mal mitnehmen und so. Und das sieht dann so aus. Und dann haben die quasi kurz in den Livestream geschaltet. Das war aber keine Live-Schalte. Also die haben nicht mit denen im Stream geredet, sondern die haben einfach nur mal kurz das Live-Bild reingeknallt. Und das war so merkwürdig, weil da saßen genau die beiden und die haben gerade so voll rumgejokt. Also so Witze gemacht und ich dachte so, boah, ist gerade echt ein ungünstiger Zeitpunkt irgendwie. Also, aber auf der anderen Seite, ja, gut, war halt dann irgendwie lockerer. Aber seitdem wusste ich, okay, Twitch wird anscheinend ja relevanter. Ja, spannend, ob die das dann da auch jeden Tag machen. Vielleicht finden wir das raus, wenn wir endlich anfangen würden, den Artikel zu lesen. Ich mit meiner Leserechtschreibschwäche, wir versuchen es mal. Die ARD startet ein neues Format auf der Streaming-Plattform Twitch, wo sonst hauptsächlich die Gaming-Community ihren Stars beim Videospielen zusieht. Gibt es künftig auch Tagesschau-Nachrichten live und interaktiv? Geil, kann ich also direkt rein-haden, wenn irgendwie über irgendeine... Boah, das stelle ich mir schwierig vor. Also ich finde ja generell, ich bin ja Team, warum gibt es überhaupt Kommentare im Internet? Also nichts gegen die Leute, die jetzt hier was in den Chat schreiben. Ihr seid bestimmt alle ganz cool. Aber bei manchen Themen frage ich mich so... Ich bin total überzeugt, aber mach mal weiter. Nein, aber bei manchen Themen frage ich mich so, warum muss man da jetzt eine Kommentarspalte haben? Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen auf irgendwelchen Websites, wo dann da unten dann doch so ein Kommentarfeld ist bei irgendwelchen Nachrichtenportalen. Ja, weil wir ja beigebracht bekommen haben, dass Interaktionen für den Algorithmus Gott die ultimative Opfergabe sind, dann zeigt er sich gnädig. Genau, aber will ich jetzt, dass bei... Wenn ich jetzt wirklich seriös versuche, Nachrichten zu übermitteln und dann vielleicht wirklich über den Krieg im Nahen Osten rede, will ich, dass dann währenddessen im Chat so gespammt wird? Und so Emotes oder sowas? Das ist doch scheiße. Also wie... Stell dir das gerade vor. Stell dir vor irgendjemandem... Oh ja, also es gab mal wieder 173 Tote. Oh, Jay Riddle, danke für den Rage. Und wie, also ich weiß nicht. Da kommt irgendeiner auf die Idee und... Ausländer raus, Ausländer raus, Ausländer raus. Das wäre ja blöd. Ja. Es gibt ja nicht ohne Grund die Aussage, dass man eigentlich sagt, so Internet ist für Porn und Memes. Ja. Also ist vielleicht was dran, dass man sagt, okay, vielleicht ist nicht jede Plattform dafür gedacht, das richtige Medium. Gut, aber wir nehmen das jetzt mal zur Kenntnis. Sie gehen jetzt auch auf Twitch. und ich finde allein diese Meldung finde ich krass irgendwie. Ja, warum? Twitch, ja, also... Wie lange machst du schon da Livestreams? Auf Twitch jetzt würde ich sagen, was sind 40 Monate in Jahren? Ich kenne nur elf Monate. Das ist elf Monate. Also drei Jahre auf jeden Fall. Okay, krass, ja. So, und ich habe, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal bei Imp war, letztes Jahr irgendwann, und mit ihm zusammen gestreamt habe. Das war für mich so ein bisschen so, da bin ich so eingeführt worden in diese Welt. Und ich habe mir das angeguckt und ich habe das alles nicht verstanden. Also es war auch sehr viel so, da war doch Chat und dann blinkte was und dann gab es Hypetrain und Follows, Subs und so weiter. Alter Mensch, bist du erst mal überfordert. Und ich habe aber trotzdem die ganze Zeit gedacht, ich finde das total spannend. Das Konzept ist ja eigentlich krass. Mittlerweile jeder kann ein TV-Sender sein. Also die Kosten, die du heutzutage brauchst, um ein Sender zu sein, ein Live-Sender, das ist ja sehr gering. Mit, keine Ahnung, also PC-Kamera, Bildschirm, sagen wir mal ungefähr 2000 Euro Investment. Bist du ein Fernsehsender? Ja. Und ich habe das dann so gesagt und meinte, boah, das hat mega Potenzial. Da haben mich die Leute ausgelacht und meinten so, haha, Sinan erkennt Twitch so. Aber jetzt merke ich ja, ja, aber das erkennen, glaube ich, jetzt mehr, weil dann auch, ich meine, warum sagt die Tagesschau, wir gehen da hin? Das machen die ja nicht, wenn es nicht irgendwie eine, auch eine Relevanz dafür gäbe. Das stimmt, das stimmt. Und das ist eigentlich auch, ja, es ist vielleicht auch auf der Ebene crazy, dass es ja gar keine eigene Plattform mehr ist. Ich meine, okay, die sind schon seit Jahren auch auf YouTube und auch auf Instagram, aber dass sie jetzt sozusagen ihr Fernsehprogramm, ist ja nicht genau das Programm, aber ein ähnliches Programm auf Twitch verlegen, ist schon krass. Die gehen auf andere, ja, ich meine, bei Instagram sieht man das ja auch. Und eigentlich bei allen, die gehen auf die Plattform, haben nicht mehr ihre eigene Plattform. Was sind sie dann am Ende eigentlich noch, außer einer von vielen Sendern? Ja, und sie können halt eben mal von Jeff Bezos gesperrt werden, wenn es ihm nicht in Kran passt. Ja, was ist dann eigentlich mit den Gebühren? Wir haben ja dafür gezahlt, aber dann sagt Bezos vielleicht nein. Hä? Ja, dann gibt es noch online. Mediathek. Mit die Mediathek. Die eingestaubte Mediathek. Dann haben wir hier, weiter geht's. Eigentlich ist Twitch das virtuelle Zuhause für Gamer. Ja, und nicht mehr nur noch, ne? Also, ich glaube, die Let's Talk, wie heißt das so? Das Chatting ist schon die beliebteste Kategorie. Genau, das ist doch die... Und für Pornografie natürlich auch, ne? Also für... Ja, die Soft-Porn. Ja, ja, genau, für so Hot Tub Street. Ja, genau. Das ist auch eine Welt. Eigentlich nicht. Ich sag doch, für Memes und Porn. So, wie geht's weiter? Auf der Livestreaming-Plattform spielen sie Computerspiele und reden dabei mit den hauptsächlich jungen Zuschauern. Guck mal, ich spreng auch eh schon den Rahmen. Teilweise schauen ihnen dabei hunderttausende Menschen zu. Das ist aber auch selten. Hunderttausende ist schon sehr... Hunderttausende habe ich noch nie gesehen. Das ist wie gleich, wenn so Knossi so ein Event macht. Aber hunderttausend? Ich glaube, das gab's dann schon mal, ja. Was ist Mehrzahl? Hunderttausende? Also, ja, so 120.000 oder so kann schon mal sein. Nein, aber ja, ist schon krass. Ist schon eher die Ausnahme. Also, ich würde mal sagen, die Top, so Montana Black und so, ich sehe immer so um die 30K. Ja. Aber ich weiß gar nicht, hattest du das damals mitbekommen? Das ist auch schon was länger her, dass die... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Sonder verlaufen ist oder ob das wirklich gemacht wurde, aber dass zum Beispiel Montana Black eine Rundfunklizenz beantragen musste, genau aus diesem Grund. Ah, ja, das war mal so ein Gespräch überhaupt mit diesen Lizenzen. Ja, das habe ich dann nicht mehr weiter verfolgt, weil jetzt mich es auch nicht wirklich betrifft, aber ich glaube, wenn du halt regelmäßig zu einer bestimmten Uhrzeit hunderttausende Menschen erreichst mit Livestreams, dann brauchst du in Deutschland irgendwie eine Rundfunklizenz. Jetzt schreiben wir in dem Chat, manche US-Streamer hatten bestimmt mal hunderttausende, ja, aber ich dachte jetzt mal so deutscher Markt, ne? Aber gut, vielleicht meinten sie in dem Fall hier den gesamten Markt. So, hunderttausende Menschen kommentieren und stellen Fragen. Ich möchte direkt dazu sagen, also in der Regel, wenn du hunderttausend Zuschauer oder lass es ab zehntausend, würde ich schon sagen, ist der Chat schon fast nicht mehr verfolgbar, oder? Nee, also da wird dann eher nur noch gespammt. Es sind auch viele Emotes. Es ist auch zu viel, also du kannst ja gar nicht, es ist ein bisschen, ich würde sagen, das ist ein bisschen schön gedacht, dass da ein Austausch stattfindet. Kommentieren und stellen Fragen, ja, das ist wirklich euphemistisch. Ja, also in so meiner Kategorie, ja, ich kann voll gut den Chat abarbeiten, so bin ich überfordert, aber ja. So, inzwischen geht es bei Twitch nicht mehr nur um Games. Nee, das hat uns Böhmermann schon erklärt. Es ist auch Politik. Es gibt dort etwa auch Musikstreams oder politische Formate. Nun startet die Tagesschau zusammen mit dem SWRX Lab auf der Plattform ein neues Nachrichtenformat für Menschen zwischen 18 und 28. Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber ich bin da mit raus. Ich bin noch drin. Mehr sag ich nicht. Mehr sagst du nicht, du bist noch drin. Du darfst da noch zugucken und dich einschalten. Ich werde hier brutal rausgemobbt. So ist das. Okay, einmal pro Woche, alles da. Sorry, mit einmal pro Woche ist aber Partner werden schwer, Leute. Ja, bestimmt irgendwelche Sonderregeln. Einmal pro Woche setzt Tagesschau... Die haben ja eh mal den Vorteil, dass sie kein Geld verdienen müssen, die Schweine. Einmal pro Woche setzt Tagesschau Together etwa zwei Stunden lang auf zwei bis drei Themen Schwerpunkte. Insgesamt sind vier Streams geplant. Hä? Ja, bis zum 7. November erstmal als Test wahrscheinlich. Ach so. Die jeweils Donnerstag um 20 Uhr live auf dem ARD-Twitch-Kanal. Also das da, wo auch der Mixed Talk ist, zu sehen sind. Auch danach sind die Streams auf dem Kanal verfügbar. Highlights aus den Sendungen gibt es immer freitags auf den Social Media Kanälen der Tagesschau, auf YouTube, Instagram und TikTok. Boah, ich weiß nicht. Also auf der einen Seite finde ich, es ist gut, man soll sich, man muss sich entwickeln. Was ist denn dein, jetzt habe ich schon geankert, ne? Ja, nee, also ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich glaube, wenn ich jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen wäre und das Problem hätte, yo, die jungen Leute gehen uns flirten und irgendwie niemand guckt mehr Nachrichten, dann wäre das auch so eine Idee, die ich in den Raum werfen würde. Ey, würde das nicht Sinn machen, vielleicht mal auf Twitch oder sowas zu machen? Ich gebe dir recht, aber mich stört ein bisschen dieser Fokus jetzt so, dass Community, das sehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass da ein großer... Nee. Also ich finde, dann sollen die eine geile Show fahren oder ein gutes Format bringen, ein paar kluge Köpfe hoffentlich einladen. Vielleicht dürfen ja auch Leute eingeladen werden, die älter als 28 sind. Und dann kann man ja debattieren und als Vorbildfunktion das irgendwie machen. Also ich bin immer dafür, gute Formate irgendwo unterzubringen, aber ich habe mich nur so gerade so ein bisschen daran gestört, so dieses, ja, mit Community chatten, wie ist das, voll gut und so. Das wird, glaube ich, schwierig. Also aus zwei Gründen. Erstens, haben wir eben schon gesagt, liegt es an der Natur der Sache, weil Twitch einfach weird ist. Und ich finde, bei manchen Nachrichtenthemen sollte man jetzt auch nicht unbedingt mit der Community chatten, wenn es halt um wirklich Fakten und sowas geht. Und was man auch sagen kann, ich weiß nicht, warst du schon mal in dem ARD-Format bei Mixed Talk oder sowas? Du meinst, was heißt waren? Also ob du da schon mal warst drin als Teilnehmer oder ob du es dir angeguckt hast? Nein, nein. Ich habe das mal gesehen, dass es das gibt. Ja. Ich habe gesehen, dass der bei Skeptik, der Marze, da mal war. Du warst? Ja, ja, ich war, glaube ich, sogar schon dreimal da mittlerweile. Und ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, dass es trotzdem noch sehr, sehr bubblig ist. Also, wie soll ich sagen? Ich glaube, das fällt sogar den Moderatoren selbst auf. Also, die Leute, die sich da einklinken und mitmachen, das ist ja, glaube ich, immer mittwochs, das ist ein Pool aus. Natürlich gibt es immer mal wieder Ausnahmen, aber ansonsten ist das so ein Pool aus, habe ich das Gefühl, 30 Leuten, die halt immer wieder Bock haben, da mitzumachen und mitzureden. Und genauso ist der Chat nicht so groß. Und deswegen ist es total nischig. Also, ich kann schon fast vorhersagen, wenn da irgendwie ist, heute ist ARD-Mix Talk über die Deutsche Bahn. Da kann ich schon fast vorhersagen, wer da gleich mitdiskutieren wird von der Community, weil das halt eh nur so 20 Leute sind, die da mitmachen. Würdest du sagen, es ist mehr oder weniger gekapert? Das wäre jetzt ein böses Wort. Gekapert ist vielleicht ein bisschen komisch, aber... Einseitig? Es ist halt einfach eine Bubble und andere Leute jucken sich nicht dafür. Wie umgeht man sowas? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil ich sehe immer, dass, wenn ich so beobachte, du hast dann bestimmte Bereiche, die laden immer die ein, die laden immer die ein, dort sind nur die. Und du musst fast gefühlt gar nicht viel aktiv machen. Und das sind immer so selbstverstärkende Effekte. In dem Moment, wo das einmal so gestartet hat, wirst du da wahrscheinlich auch eine andere Person schon gar nicht mehr sehen. So, und ich frage mich dann immer, wie kriegt man das hin? Also ich komme drauf, weil wir hatten einmal dieses Format The Boys of Reason bei YouTube gemacht. Und wir haben irgendwie vier, fünf Videos gemacht und hatten dann Ahmad Mansour da und hatten noch ein, zwei andere. Und sofort hat man uns natürlich in eine Bubble verortet. Und dementsprechend haben wir Anfragen gestellt und die Leute wollten schon gar nicht mehr kommen. Das ist so nach kürzester Zeit. Und das ist so total spannend, diese Entwicklung. Also wenn du wirklich jetzt sagst, du willst so, ja, so wirklich so eine offene Plattform sein. Ich weiß gar nicht, ob die Protagonisten, die dann potenziell kommen könnten, das überhaupt mitmachen. Weil die natürlich alle immer erstmal so checken, ja, wer war denn da? Oder beziehungsweise, wie du ja auch sagst, dann gehst du rein und hast unter Umständen im Chat dann die geballte Bubble gegen dich oder so. Ja, ich würde behaupten, das geht nur, wenn du erstens wenig Feedback hast und zweitens großmögliches Publikum. Also das klingt so absurd, aber am besten schaffen das ja heutzutage immer noch so Sendungen wie Lanz. Ja. Weil, also da geht jeder hin. Ja. Weil da gibt es kein direktes Feedback. Ja, die haben sogar das Publikum wegrationalisiert. Finde ich gut. Finde ich auch seitdem besser. Sehr gut, ja. Ich hasse auch diesen Seelöwenapplaus. Generell, in jeglichen Talkshows. Ja. Da habe ich lustigerweise letztens so einen Ausschnitt gesehen von irgendeiner Talkshow. Das hatte auch nichts mit dem Inhalt zu tun, aber da war, genau, da war Bibis Beauty Palace zu Gast. Und dann hat sie irgendwie so was ganz tiefgründiges gesagt. Und im Hintergrund sah man schon, wie DJ Ötzi war, glaube ich, da. Wollte schon so anfangen, so zu klatschen, aber keiner hat mitgemacht. Weil ich glaube, die junge Generation gar nicht mehr so dabei ist. So nach jedem tiefsinnigen Satz wird erst mal geklatscht. Vor allem ist es ja meistens auch noch so ein Satz, du musst ja nur, also du musst, das ist ja sehr vorhersehbar, was du sagen musst, damit es einen Applaus gibt. Ja. Und dann denke ich mir auch so, ja, den Satz kannst du dir eigentlich auch sparen. Ja, und deswegen würde ich fast behaupten, für so einen richtig krassen Austausch ist eigentlich sowas wie Twitch genau der falsche Raum. Aber wer weiß. Wir gucken mal, es geht sogar noch weiter. Die Leute sagen uns, was sie sehen wollen. Oh, ganz schlechte Idee. Bei Twitch steht der Spaß im Vordergrund, erklärt Hanin Klemann aus der Social Media Redaktion der Tagesschau, die mit ihrem Co-Host Felix Idea die Streams präsentiert. Viele Leute sagen aber auch, sie fühlen sich nicht genug informiert und hätten gerne auch etwas, wo sie verlässliche Inhalte und Informationen bekommen. Das Vertrauen in die Marke Tagesschau sei auch bei jüngeren Nutzergruppen groß. Und das wollen sie jetzt verspielen. Nein, ganz schön. Die Hosts widmen sich ausgewählten Nachrichten, erklären Hintergründe und beantworten gemeinsam mit ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten Fragen der Community. Themen reichen von nationaler und internationaler Politik über Servicethemen und Good News. Das finde ich gut. Bis hin zu Insider-Informationen aus der Welt der sozialen Medien. Okay. Bisschen kryptisch. Krasse Insider. Ich habe gerade noch überlegt, das hat jetzt nichts mit dem Absatz genau zu tun, aber ich habe noch eine These, warum die das jetzt machen. Ja. Jetzt wird es verschwobelt. Nein, Spaß. Okay. Aber es ist ja jetzt vor kurzem, wie heißt es genau, aber es wurde auf jeden Fall entschieden, dass, glaube ich, die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr so stark in Konkurrenz treten dürfen zu schriftlichen Online-Angeboten. Also die Öffentlich-Rechtlichen sollen keine Konkurrenz sein, zum Beispiel zur Zeit oder zur FAZ und so weiter. Und dementsprechend fällt, wenn man das wirklich durchinterpretiert, eigentlich auch dieses, ey, wir posten auf Instagram eine Kachel mit Text nicht mehr unter die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, sondern deren Aufgabe ist, zum Video-Inhalte zu posten, zum Beispiel auf Instagram. Und vielleicht ist das auch so ein Shift, weil man weiß, okay, man muss mit der Tagesschau sich jetzt nochmal ein bisschen neu ausrichten in den sozialen Medien und wieder mehr zu Videocontent finden. Und da ist ja auch die Zeit und so nicht. Genau. Du bist, ja, ist ein neues Feld. Ja. Vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich sehe gerade, wir haben ja sogar hier Videos. Wir können ja sogar Videos gucken, wir müssen auch gar nicht lesen. Kannst dich beruhigen. Vielleicht sagen die jetzt genau den Text nochmal. Oh Mann, da hätte ich das gar nicht so bescheuert vorlesen. Nein, glaube ich nicht. Guten Abend, meine Damen und Herren, wir begrüßen euch zur Tagesschau. Das wollte ich schon immer mal sagen. Die Begrüßung klingt noch nach der klassischen 20-Uhr-Ausgabe. Der Rest ist komplett anders bei der Tagesschau auf Twitter. Guck mal, sieht aus wie bei mir hier. Ja. Also. Die Plattform ist vor allem bekannt für Livestreams von Videospielen. Da ist halt sehr viel Gaming im Vordergrund, sehr viel Spaß. Und viele Leute sagen aber auch immer, wir fühlen uns irgendwie nicht genug hier informiert und hätten gerne vielleicht auch sowas, wo wir verlässliche... Scheiße, die sagt das, was ich vorgelesen habe. Ist egal, komm weiter. Inhalte und Informationen kriegen. Mit Tagesschau Together, so heißt das... Was ist das denn? Ist das der Saturn? Ja, die Erde hat die Saturnringe. Und da laufen Männchen drauf rum, okay. Das Format will das Team diese Lücke schließen. Rund zwei Stunden dauert jede Sendung, produziert von den Tagesschau-Machern... Boah, den Teil habe ich nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist krass. Die Regie, das finde ich ja auch, das finde ich krass. Also was da... Du willst nicht die Rechnung sehen, die da... Also... Stabil. Ja, war nicht schlecht. Dem SWR und der Medienfirma Rocket Beans. Pro Ausgabe gibt es drei Schwerpunkte. Rocket Beans produziert das? Ja, natürlich. Die sind doch, äh, die selber, die... Die sind schon so, ja. Wenn ich mich, wenn ich das jetzt nicht verwechsle, aber die Rocket Beans sind doch selbst, äh, auch groß, lange auf Twitch und so gewesen. Habe ich auch so in Erinnerung. Auch so ein Konglomerat an... Ja, jetzt ihr Wissen über Streaming und Medien und so weiterverkauft. Ja. Da gehen und so. Immer noch, ja, okay. Punktthemen, Schaltgespräche mit Korrespondenten und viel Zeit für Erklärungen. Interaktiv dabei das Publikum. Großer... Man hat es schon direkt hier gesehen. Einzelnen Chat. Einzelnen Chat, einzelnen Chat, einzelnen Chat. Einzelnen Chat, wer Krieg auch Scheiße findet. Nein, Spaß. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich finde es sieht eigentlich ganz gut aus. Großer Vorteil ist, dass wir direkt das Feedback von der Community haben. Das heißt, die Leute... Das ist der größte Nachteil. Aber ich finde trotzdem gut, dass ihr das macht. Leute interagieren mit uns, die sagen, was sie sehen wollen, was sie vielleicht nochmal sehen möchten, was sie nicht verstanden haben. Und das können wir sofort erklären. Aber auch einen Einblick in die journalistische Arbeit der Tagesschau soll das Format geben. Wir wollen den Leuten erklären, wie machen wir Nachrichten, wie gewichten wir Nachrichten. Wer sind eigentlich die Leute hinter der Kamera? Was haben die... Ah, das ist eine Image-Kampagne wegen Vertrauensverlust. Wird auch sein. Ja. Korrespondenten für eigene Erfahrungen, auch mit ihrem Berichtsgebiet. Das macht Nachrichten wahnsinnig wertvoll und bringt wahnsinnig viel Transparenz. Heute Abend... Und damit Vertrauen. Da möchte ich sagen, da stimme ich ihm zu. Also, ich glaube, dass Transparenz... Also nicht einfach nur irgendwie machen und irgendwie, keine Ahnung, rausreden, sondern auch einfach mal erklären, wie kommt man zu bestimmten Ergebnissen? Wieso ist der eine jetzt Korrespondent für, was weiß ich, den Nahen Osten oder so? Das würde manchmal, glaube ich, schon einfach helfen. Ja. Ich finde, also ich glaube, so, wenn ich mir auch das Video angucke, wir haben jetzt natürlich ein bisschen gelacht und auch ein bisschen so gelästert, aber ich finde es gar nicht mal so schlecht. Ja, das ist... Die Idee. Finde ich auch nicht. Müssen wir mal gucken, wie es dann in der Praxis ist. Können wir uns am Donnerstag reinknüppeln. Abend ab 20 Uhr gibt es TagesschauTogether das erste Mal live auf dem Twitch-Kanal der ARD. Okay. Bonnend. Vielleicht einfach mal am Donnerstag streamen und dann da rein raiden und gucken, was passiert. Oh Gott. Aber die werden das ja krass moderieren und filtern. Weil die werden ja den Chat auch nicht lesen, glaube ich. Die kriegen dann sozusagen gesagt... Wie eine Frage aus dem Chat oder so. Ja, das könnte schon sein. Dann kann man das vielleicht noch... Ich bin immer noch... Obwohl jetzt geht's, wenn ich laut rede. Was schreist du mich denn immer so an? Ich tue dir doch gar nichts. So, ähm... Ist das jetzt hier eigentlich der gleiche Clip? Der geht auch zwei Minuten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Warum ist der nochmal eingebunden? Internet. Geil. Ähm... Kommt jetzt hier noch irgendwas? Ne, das hatten wir auch schon. Großes Interesse an verlässlicher Information. Hier haben wir noch einen Typen. Der geht vier Minuten. Und wir fragen jetzt nach. Bei Alexander Moskowitsch, dem Projektleiter von Tagesschau Together. Schön, dass du hier ins Studio gekommen bist. Alexander, wie seid ihr auf die... Ist das ein richtig großes Ding, ja? Ja. Ihr seht ihn gar nicht, weil wir da im Bild sind. Ich sehe mal, dass er den Moskowitsch... Der hieß Moskowitsch, das ist er. Ein Projektleiter. ...die Idee gekommen zu Tagesschau Together. Also erstmal, die Tagesschau versucht sich ja immer weiterzuentwickeln. Immer neue Zielgruppen zu erreichen und auch mit der Zeit zu gehen. Und Twitch als Livestreaming-Plattform ist ein... Oder mit der Zeit zu gehen. Da gibt es dann diesen Spruch. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Oh ja, aber ist was dran. Eine wachsende, soziale Plattform. Ein soziales Medium, das immer mehr Leute anzieht, wo... Wie alt ist der? So keine 30. 25? Nee, okay, ein bisschen... Nee, 28 vielleicht. Warte noch so... Warte, ich gucke kurz. Ja? Okay. Ja, könnt ihr hinkommen. Viele sich wirklich tummeln stundenlang und da ganz viele Inhalte konsumieren. Und ganz viele Inhalte, die dort sind, die haben mit Gaming zum Beispiel zu tun. Es gibt mittlerweile auch politischere Inhalte. Aber was auf Twitch noch fehlt, ist wirklich ein journalistisches Angebot. Also Nachrichten, nicht nur Meinungen, die dort vertreten werden, sondern wirklich eben gut recherchierte Fakten. Und da haben wir als Tagesschau wirklich gedacht, wir probieren das aus. Es gibt schon Formate auf dem Kanal, aber eben noch kein Nachrichtenformat. Und deswegen starten wir jetzt mit Tagesschau together. Ich finde das, je mehr ich das höre, wenn du wirklich das Nachrichten... Also ich finde das spannend. Ja. Ich werde mir das auch safe ansehen. Sag mal angucken. Ja, ich gucke mir das auch an. Ich finde, genau diese Hybriden eben nicht nur Reaction-Meinung, das ist das eine, sondern Nachrichten live präsentieren mit Rückfrage. Ausprobieren. Man weiß es ja nicht. Ich bin grundsätzlich open-minded, deswegen... Was sagt er denn noch? Er sieht ganz zufrieden aus. Was erhofft ihr euch von Tagesschau together, was ist das Ziel dieses Formats dort? Das Ziel ist es erstmal, den Menschen dort ein Nachrichtenangebot zu machen und eben wirklich sich Zeit zu nehmen, um über bestimmte Themen zu sprechen. Wir haben ja eben im Beitrag gehört, wir nehmen uns bis zu drei Themenschwerpunkte und so ein Stream, der kann ruhig mal zwei, zweieinhalb Stunden dauern. Das heißt, wir haben wirklich Zeit, mal in die Tiefe zu gehen und zum Beispiel auch auf Nachfragen aus dem Chat spontan zu reagieren oder auch zu erklären, woher kommen die Informationen. Und das ist eben der große Vorteil. Damit wollen wir wirklich eine neue Zielgruppe erreichen und ja, da ein gutes Angebot machen auf Twitch. Du hast es ja eben angeboten, Twitch ist eine Livestreaming-Plattform, unter anderem ja auch für Videospieler. An welches Publikum richtet sich jetzt die Tagesschau together dort auf Twitch? Tagesschau together ist ein Format für eine junge Zielgruppe, das heißt so im Kern an junge Menschen zwischen 20 und 30, denn die sind dort vor allem und... Guck mal, wir sind schon plus zwei gekommen, sie kommen mir näher. Eben war noch 18 bis 28, jetzt 20 bis 30. Unterwegs auf der Plattform, natürlich auch etwas jünger und älter, aber das ist so die Zielgruppe im Kern. Das ist eine sehr Technik-Gaming-affine Zielgruppe, aber auch da sind viele Leute, die sich auch für politische und gesellschaftliche Themen interessieren. Da gibt es viele Streamer, so nennt man das, oder auch Content-Creator, die viel wirklich ihre Meinung reinbringen. Und da wollen wir so ein bisschen auch differenziert da rangehen und auch ein Bild zeichnen, was zum Beispiel beide Seiten abdeckt oder mal kritisch etwas hinterfragt. Ey, das ist doch mein Konzept. Ey, du bist die Meinung. Was? Ja, keine Ahnung, ich müsste es jetzt erstmal sehen, um halt noch final was dazu sagen zu können. Von der Idee haben wir uns da schon drauf geeinigt. Das ist schon gut, das soll man mal machen. Und also grundsätzlich von dem, also wenn ich jetzt einfach nur das nehme, was er gerade sagt, dann muss ich sagen, bin ich großer Fan davon. Ja, ich finde es halt wirklich spannend, was für Themen die auswählen. Also, ich würde behaupten, wenn ich das jetzt so sehe, die wäre wohl andererseits, die können schon auch mal so, also Krieg oder sowas, können die ja auch als Themenschwerpunkt nehmen. Aber, ja, ich bin auch nicht. Das ist jetzt die Frage, machen die nachher, machen die Gossip oder? Nein, nein, das wird schon richtig nachrichten sein. Geht schon in die Harte. Ja, denke ich schon. Machen die so Cake News, jetzt Schülhooker nochmal. Nein, ganz sicher nicht. Das wäre mal geil. Und jetzt mal wirklich differenziert, nicht wie bei unseren Kollegen beim ZDF, sondern... Ja. Ja, gut. Ich glaube, müssen wir noch mehr gucken? Nee. Nee. Okay. Alles klar. Dann ist das hier unsere wichtige Meinung zu diesem Thema gewesen. Richtig. Wir haben alles gemacht, was die Tagesschau-Together nicht will. Ja, was ist das? Meinung, Meinung, Meinung. Meinung, meine Meinung. Ja, wir werden mal reinschauen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.